Die drei größten Fehler, die Gründer am Anfang machen. Das allererste ist, sich keine klare Grenze zu setzen, also nicht klar zu definieren, wie viel Geld und Zeit investiere ich. Meinetwegen 25.000 Euro und nach sechs Monaten muss ich in der Gewinnzone machen. Die meisten machen auch danach noch weiter, so Prinzip Hoffnung und es geht nahezu immer schief. Der zweite große Fehler ist, sie versuchen alles selbst zu machen. Allerdings wurden nahezu alle Gründungsfehler schon mal von anderen gemacht. Das heißt, von anderen zu lernen, sich ein Umfeld zu schaffen, ist eine kluge Idee. Das heißt, der zweite Fehler ist, alles allein zu tun. Und der dritte Fehler ist, zu lange nachzudenken. Also es gibt Leute, die machen ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang Businessplan, überlegen sich, soll ich Unternehmer werden, soll ich nicht Unternehmer werden? Und in dieser Zeit hat sich das Fenster der Gelegenheit ganz oft schon geschlossen, weil die Welt sich so schnell bewegt. Das heißt, mein Vorschlag ist, wenn du die Risikoabschätzung gemacht hast, fang an, leg los und lern.